hallo zusammen ich begrüße zu einem neuen kurzen video auf meinem kleinen aber feinen youtube kanal walden untamed heute mit dem thema sechs fragen zu sony a7 r5 das sind fragen die mich erreicht haben in den letzten tagen also fragen zuschauer fragen fragen von euch das sind keine fragen die ich mir selber stelle oder themen die bei mir aufgekommen sind sondern sind offensichtlich themen die euch interessieren und ich habe probiert die ganzen fragen ja zusammen zu bringen und zu kondensieren auf so die ja die elementarsten key elemente oder schlüssel fragen und schluss waren es dann sechs stück und die würde ich jetzt gerne mit euch durchgehen in der hoffnung ich kann so zum einen die entsprechenden fragen beantworten zum anderen aber auch vielleicht ideen inspiration geben vielleicht mich ein bisschen besser erklären wieso ich gewisse dinge tue wie ich sie tue und ja ich hoffe dem ein oder anderen von euch bringt das etwas vielleicht bei eigenen entscheidungen die gerade anstehen kameratechnisch weihnachten ist ist ja jetzt auch nicht mehr weit weg das kann gut sein dass der eine oder die andere sich noch was gönnen möchte zu weihnachten und ja vielleicht ist hier was dabei für euch bleibt dran gut steigen wir direkt ein ohne umschweife in die erste frage entschuldigt ich muss ablesen ich kann mir die leider nicht auswendig merken frage nummer eins war was reizt dich besonders an der neuen a7r 5 gut das ist eine gute frage aber auch nicht wahnsinnig schwierig zu beantworten für mich was mich am meisten reizt an dieser kamera ist dass ich die erfahrung habe mit der a7r 4 also mit der vorgängerversion natürlich ich habe erfahrung mit der alpha 1 ich kann sie also sehr gut dann zuordnen und so ein bisschen sagen wo hat sie sich verbessert wo ist sie sogar vielleicht besser als die a1 wo ist sie schlechter als eine a1 wo steht sie zum dass ich sie einordnen kann das ist immer das eine was mich wahnsinnig interessiert das andere was mich sehr interessiert ist natürlich der ausblick der das ganze jetzt gibt hinsichtlich sony alpha kameras für die zukunft ganz speziell und insbesondere für mich hinsichtlich a9 mark 3 und a1 mark 2 die a9 wird sicherlich die nächste kamera sein gehe ich mal schwer davon aus die in den nächsten schätze mal sechs monaten um den dreherum auch ein ersatz kriegt eine eine neue version kriegt aber auch die a1 ist natürlich eine kamera die jetzt auch schon wieder ein bisschen auf dem markt ist und auch da könnte ich mir denken dass da eine neue kamera kommt in einem jahr anderthalb jahren so um den dreherum könnte ich mir gut vorstellen also der ausblick ist sicherlich das was mich interessiert dann natürlich generell dieser AI chip die alte a7 r4 hatte ja generell einen prozessor und jetzt haben wir zwei drin der neuesten generation also dieselben die in der 1 zum beispiel auch drin sind oder in der a74 und da bin ich natürlich gespannt darauf was bringt das an mehr power wo bringt es mehr was hat das für ein einfluss auf die color science etc pipapo und natürlich dieser dritte dedizierte chip der nur zuständig ist für diese AI kalkulierung der nicht tangiert wird von anderen operationen die die kamera gerade parallel auszuführen hat das schon sehr spannend und das interessiert mich extrem ja wie das eine kamera hoffentlich positiv beeinflusst wovon ich jetzt schwer ausgehen dann natürlich dieser acht stopp ibis dieser bildstabilisator der allein intern ist also diese acht stops sollen nicht zusammenkommen mit hilfe der 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 linsen sondern alleine der ibis für sich hat acht stops da bin ich natürlich als mein filmerherz ist natürlich da extrem gespannt drauf weil ihr wisst schon ich bin nicht ganz happy oder zumindest die die mir schon ein bisschen folgen die wissen ich bin nicht so richtig happy mit sony was den ibis anbelangt er ist nicht schlecht er ist gut aber wenn ich ihn vergleiche mit gewissen mitbewerbern nikon om systems olympus kennen da sieht es halt bei sony schon ein bisschen mager aus also wir sagen zwar auch fünf fünfeinhalb stops aber ich habe da meine zweifel ob es auch die wirklich erreicht da deshalb auch hier ein bisschen ich bin da vorsichtig mit diesen acht stops aber das muss man selber spüren selber erfahren und dann kann ich auch was dazu sagen aber es klingt auf jeden fall vielversprechend ich bin ziemlich sicher sony hat da ganz sicherlich zeit und um mühen rein investiert jetzt ist einfach die frage hat sich ausbezahlt für mich weil für mich ist halt schon elementar beim fotografieren auch ist nicht da war ich mit 45 4 1 halb 5 5 1 halb stops mehr als zufrieden alles gut für mich aber gerade beim beim bei video ist es natürlich elementar dann natürlich was auch ganz spannend ist ist der neue lcd dieser doppelmechanismus ja wo quasi die das beste aus beiden welten ist zwischen diesem klassischen klassischen klapp display und diesem flippie screen den man auf die seite drehen und dann kippen kann so hat man eigentlich das beste aus beiden welten und man kann sich ganz sicherlich nicht mehr beklagen bei mir war es immer so immer das ja was ich gerne jetzt gebraucht hätte oder gehabt hätte hatte sie nicht ich hatte entweder nur den flippie oder den klapp display wie ihr es kennt von sony und jetzt halt mit etwas das alles kombiniert das ist halt schon ein bisschen die eierlegende wollen mich sagen müssen wir ganz klar sagen und ich weiß logisch sony hat es nicht erfunden ist jetzt nicht etwas was sich sony auf die fahne schreiben kann aber es ist trotzdem gut zu haben möchte mich da gar nicht beklagen ich denke das wird sicherlich ein feature sein das ich mega toll finde und natürlich auch insgesamt was ich ganz spannend finde ist diese kombinierung aus jetzt sehr optimierten foto eigenschaften plus deutlich optimierten video eigenschaften das ist natürlich sehr spannend obwohl ich immer noch sagen würde es ist keine wirklich verrückt gute video kamera denke ich jetzt mal weil es ja doch gewisse limitierung haben die den einen oder anderen mehr oder weniger stören aber auf das kommen wir eh noch zu sprechen so ganz generell bleibt es eine fotokamera aber halt doch jetzt auch besser und mehr zu hause im video bereich und das finde ich halt schon cool da bin ich sehr gespannt das ist so ein bisschen was mich besonders reizt und frage nummer zwei entschuldigung wird die a7 r5 meine a1 ersetzen nein auf gar keinen fall meine sony alpha 1 bleibt meine hauptkamera für wildlife fotografie generell für fotografie was auch immer ich mache und das muss man schon realistisch bleiben das sind zwei komplett unterschiedliche welten und ja es gibt stimmen die sagen ja der der a1 und die autofokus und die erkennung und so weiter sei besser und schneller und ja das das kann sogar gut sein aber für mich ist das nicht mal so ausschlaggebend bei mir im wildlife bereich ist es mehr die 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 geschwindigkeit die serienbild geschwindigkeit wie lange dass es das durchhält bis es in stottern kommt etc pipapo wie gut bleibt es kleben blackout lag im viewfinder all diese themen also ich glaube da kann sich die a7 r5 keinesfalls mit der 1 messen auch von den specs her was ich so gehört habe sieht das gar nicht so aus auch wissen wir ja mittlerweile dass je nachdem wie man die einstellung macht bei serienbild dass die sogar nicht bei 10 bilder pro sekunden bleibt sondern sogar deutlich rund deutlich abfällt so richtung 7 bilder pro sekunden was ja heutzutage absolut nicht mehr state of the art ist also von dem her gesehen nein ich bin realistisch die wird sich dazu gesellen die wird ein add on sein ein extra für spezielle situationen wo mehr megapixel cool sind und mir einen benefit geben es wird ein backup oder eine zweitkamera sein natürlich eine gute aber ich bin realistisch die wird nie und nie mehr das kann ich mir beim besten will nicht vorstellen dass die meine a1 ersetzen soll glaube ich nicht dritte frage wie viele kameras hast du wenn sich die a7 r5 noch dazu gesellt ja weiterhin drei stück die alpha 1 die a7 s3 die mich jetzt gerade filmt und natürlich denn die a7 r5 grund ist dass ich mit der bestellung beziehungsweise diese vorbestellung der a7 r5 habe ich eine eine verkauf ausgelöst von einer meiner kameras deshalb steht die auch hier nein einige mögen vielleicht schon gedacht haben sony war so nett und habe mir eine a7 r5 geschickt vielleicht nicht die die für mich dann am schluss ist die ich behalten darf aber wenigstens eine zum testen nein ich muss euch enttäuschen das hier ist die a7 vier meine a7 vier dich gekauft kauft habe ich glaube das war im juli 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 diesen jahres 2022 und die darf jetzt gehen wurde schon gekauft schon bezahlt ich habe jetzt alles schön fein verpackt und das geht die geht jetzt in den nächsten tagen raus an den neuen glücklichen besitzer vielen dank chris für die bestellung für dein vertrauen ja nee es wird bei drei bleiben ich brauche nicht vier kameras drei ist schon sind wir ehrlich ist extremer luxus viele leute haben nicht mal zwei von denen gesehen eine vierte kamera wäre wäre overkill brauche ich nicht ist für mich absolut unnötig ja die darf gehen und a1 a7 s3 plus die neue r5 die werden dann meine drei kameras sein nächste frage wieso verkaufst du wieso verkaufst du deine sony a7 4 ja da musste ich ein bisschen schmunzeln da hat anscheinend der eine rande meine meine anzeigen schon gesehen denke das habe ich schon mit der letzten frage ein kleines bisschen geklärt ich brauche keine vier kameras und für mich sind halt a1 und a7 s3 im moment absolut gefixt weil ich brauche eine top kamera für video das ist im moment halt die a7 s3 vor allem wegen den 120 frames per second in 4k ohne crop klar die a1 kann das auch aber parallel brauche ich nicht die bestmögliche kameras zum fotografieren das ist die a1 aktuell bei sony es meiner meinung nach gibt es da nichts besseres also habe ich die sind gesetzt die sind fix waren einfacher entscheid die a7 4 gehen zu lassen obwohl ich sie eigentlich kaum genutzt habe ist nahezu neu die kamera nächste frage 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 nummer fünf stört dich der crop bei 4 und 8 video nicht jein vor zweieinhalb jahren und so jetzt mich wahrscheinlich noch ziemlich gewurmt aber da ich mittlerweile fast ausschliesslich wildlife mache ist der crop für mich kein riesen drama teilweise ist es sogar angenehm wenn man an das geschehen ein bisschen näher rankommt so gesehen ist das für mich jetzt nicht so dramatisch ist es kein showstopper für mich aber ich verstehe natürlich dass einige von euch ein bisschen mühe damit haben mit dieser situation mit dem crop grad die die people videografie machen musik videos oder oder andere andere geschichten wo das mit dem crop tatsächlich nervig sein kann wobei ich auch der meinung bin trotz allem man kann sich auch da ein bisschen darauf einstellen und ja ich denke jetzt nicht dass es das ist nicht das schlimmste drama der welt ein crop aber ich verstehe ja dass leute die in 24 1 8 kaufen und drauf machen die am schluss dann auch 24 den bildwinkel von 24 millimeter haben wollen und nicht im crop drin kann ich kann ich verstehen kann ich nachvollziehen aber wie gesagt für mich für mich eigentlich ist kein problem ich gebe aber trotzdem offen und ehrlich zu wenn ich bei wenn es die möglichkeit gäbe diese kamera ich sage jetzt mal machen beispiel ich könnte 200 euro mehr bezahlen und ich würde sie dann kriegen quasi wie eine art eine plus version die dann keinen crop hat oder irgendwie so ich würde die 200 euro zahlen um keinen crop zu haben aber er stört mich nicht so nicht so sehr dass es mich abgehalten hätte die kamera zu bestellen dann frage nummer sechs die letzte du hattest doch mal längere zeit eine a7 r4 ja genau wieso hattest du diese verkauft und holst dir jetzt trotzdem eine a7 r5 die ja denselben sensor verwendet a.k.a. kein fortschritt ganz ehrlich ich bin nicht deiner beziehungsweise eurer meinung für mich ist es ganz klar ein fortschritt der grund ist ich messe den fortschritt einer neuen kamera nicht am neuen sensor der der sensor der a7 r4 war top da hat es mehr die mankos waren 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 eher an anderer stelle waren nicht der sensor der sensor die bildqualität alles war top ich hatte einfach immer das gefühl das processing also die 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 umgang mit den daten was damit den daten gemacht wird die geschwindigkeit auch die qualität auch farben color science etc da hatte ich immer so ein bisschen das gefühl da geht mehr und ich glaube einfach dass die kamera an damals anhand der großen datenmenge aber der der prozessoren die nicht so leistungsstark war ziemlich blöd gesagt kastriert war und ich glaube dass wir jetzt mit der r5 die kamera kriegen die die r4 eigentlich hätte sein sollen oder die sich viele bei der r4 damals gewünscht hatten ich glaube jetzt kriegt man endlich das was man eigentlich wollte und ja ich wie gesagt ich habe keine mühe damit dass es derselbe 61 megapixel sensor ist weder dass es nicht höher wurde in der megapixel zahlen noch dass es nicht dieselbe zahl ist und vielleicht eine neuentwicklung eines 61 megapixel sensors sondern ich finde es eigentlich ganz okay dass sie sich eher um die peripherie um das drum herum gekümmert haben eben daten signalverarbeitung geschwindigkeiten solche themen dedizierte separator chip noch mit drauf der sich um gewisse rechenoperationen kümmert und so weiter und so fort also und dann dieses addon mit diesen tollen wirklich eigentlich sehr guten video features und so weiter und so fort also für mich ist das definitiv ein fortschritt aber wenn ihr natürlich mit fortschritt revolution meint dann hat ihr natürlich recht es die r5 ist keine revolutionäre kamera die jetzt alles was schon da ist auf den kopf stellt und und quasi wie damals ich sage jetzt mal eine a72 oder wahrscheinlich eher a73 die ja richtig gerockt hat im spiegellosen in der spiegellosen welt sowas wird die wahrscheinlich nicht werden allein schon wegen preis nicht aber auch nicht wegen den features wegen den spezifikationen nichtsdestotrotz finde ich ist es eine sehr solide evolution und wenn sie das kann was sie können soll in verbindung mit diesem wirklich tollen sensor sehe ich da überhaupt gar kein problem ich für mich bin sehr gespannt ich lasse mich überraschen und ja mit dem würde ich gerne abschliessen ich bedanke mich wieder bei euch für eure zeit und euer interesse wenn euch der content gefallen hat dann lasst mir doch bitte ein like hier und ja ganz generell wenn ihr nichts verpassen wollt von mir dann lasst mir doch ein abo da ja das würde mich sehr freuen und wird mich natürlich in der youtube welt ein bisschen vorwärts bringen das wäre natürlich weltklasse würde mir sehr viel bedeuten und ja ich würde sagen bleibt gesund bis zum nächsten mal macht's gut tschüss tschüss